so was machen wir jetzt mit dieser kurzen tropischen nacht ein lagerfeuer und lassen wir den mutterficker brennen sowieso da brauchen wir kein wasser lassen den mutterficker brennen brennen mutterficker brennen erst vor ein paar tagen bin ich auf dieses album mal wieder gestoßen es ist so sonderbar ach was waren wir jung erschreckend oder wo sind die jahre nur geblieben ja als wäre man ein kirchturm und die zeit wäre der wind zum glück wenn ich ja nicht älter sondern nur müder und mutteriger kleine komposttiere wie damals also so versucht haben ins felsgeschäft einzusteigen die hatten auch eine mutige füllung das war ein schöner nachmittag die gänseblümchen schnatterten nervös als die löwenmolchen aufgingen rein voller orangenbäume nur der frisch gepresste saft war etwas harzig wer hätte gedacht dass sudanesische harzigel auch auf bäumen wachsen wenn der winter zu mild ist der winter 79 war der mildeste den ich je in acapulco erlebt habe möglicherweise weil es august war und weil es der acapulco war uns war ich 79 da waren wir gerade aus dem alten heim geflohen wegen unseres versuchs einer rollharten cagefight liga zu etablieren mit den taschen voller waschmaschinen wertmarken und den backen voller gebissabdrücken von den gruft groupies mein hintern ist nie wieder glatt geworden man kann immer noch zähne auf den backen erkennen ich kenne da aber einfach drüber dem toupee der alten witwe bömmeling sei dank mit ihren pastelllilanen löckchen die wusste wo der frosch die locken hat und als profi einbrecherin hatte sie sie dem armen herr doktor frosch einfach abgenommen ob die froschenkel das toupee wieder haben wollen die sind so zerstritten die sind grün vor neid wenn der eine was kriegt reißt der nächste sein breites maul auf und so dicke backen machen die damit schließt sich der kreis okay zweites thema wann tauchen unsere geheimen sextapes auf die sind längst draußen interessieren nur keinen aha okay so okay finde ich das nicht aber es ist halt auch keiner da der mehr dabei zugucken will wie ich sage oh ja du bist eine gute hand ja der große kürbiskönig ich kenne den großen kürbis aber wer ist denn der große kürbiskönig ne warte mal der pumpkin king kürbiskönig gab es da nicht was sagt mir irgendwas kürbiskönig ähm 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 ach komm hier dings ähm ne wie wow wie hieß der denn hier äh das eine ist peanuts aber ich meinte hier den den dings wenn ich kürbiskönig bei google eingebe dann lande ich bei gewürzmischungen äh äh ich glaube ich schmeiß gar nicht ja natürlich du meinst ähm äh dings ach wie heißt denn night baby for christmas genau ja das ist äh pumpkin king auch etwas äh sehr schönes wie ich finde ja finde ich auch also wenn schon gesungen werden muss dann bitte so ja und es ist auch an der aus einer zeit als man tim burton filme noch gucken konnte ja richtig er hat ja irgendwie doch stark nachgelassen ach also ich sag mal ich kenne jetzt nicht so viel äh so hoch viel glaube ich zumindest ist ja meistens wieder so ein ding wie ach das ist auch von ihm naja er hat ja angefangen mit also so von den richtigen Filmen mhm Peewees irre Abenteuer kenn ich nicht mit Peewee Herman das ist irgendwie so so ein amerikanischer Kinderfernsehstar oder sowas der auch ein bisschen äh zwielichtig ist ähm fand ich katastrophal schlecht aber vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe mhm aber ich glaube der erste so richtig bekannt ist ja Beetlejuice hab ich nie gesehen was ja Junge also das ist echt ähm ich schreib's auf meine Liste ja während du das guckst guck ich mir die Beetlejuice Zechentrick Serie an dann können wir darüber reden oh mal gucken äh äh Batman was Batman von 89 was ja natürlich das war ein riesen Erfolg also den musst du kennen mit Jack Nicholson als Joker ich schreib's mal auf meine Liste wirklich ich bin halt mehr so der Musikmensch und weniger der Film etwa mit den Scherenhänden kennst du oder ich schreib's auf meine Liste wirklich Batmans Rückkehr schreib's auf die Liste ja Schatz Edwood über den schlechtesten Regisseur aller Zeiten schreib's auf die Liste das wird nicht besser Mars Attacks Edwood Mars ich kopier mir einfach die Musikografie es ist wahrscheinlich besser es heißt Filmografie bei Regisseur ach das ist ich sag ja ich bin mehr der Musik ja Mars Attacks wobei Mars Attacks finde ich schon ein bisschen überbewertet muss ich ehrlich zugeben aber ähm sind viele bekannte Darsteller dabei und es sind ein paar kaputte Ideen dabei kann man schon gucken Sleepy Hollow ja ja immerhin das gut und dann fängt's an merkwürdig zu werden mit Planet der Affen von 2001 der nicht gesehen äh muss man auch nicht okay kann man man kann alle Planet der Affen Filme gucken aber den kann man irgendwie weglassen ah ok wie praktisch Big Fish von 2003 war auch noch ganz lustig ich ich kenne den Namen Big Fish und ich weiß nicht woher ist das ein Musical auch gibt's das als ach nein ich weiß warum es gibt ein Lied das so heißt ist ok äh Charlie und die Schokoladenfabrik hatte ich mal auf VHS ja aber vermutlich nicht die Fassung dann äh ich bin mir nicht sicher es könnte sein weil es gibt äh das war die Zeit wo wo VHS in allen äh hier Lidl Aldi und sowas äh zu Ramschpreisen rausgefeuert wurden ja dann könnte es sein dass man die Oma den mal mitgebracht hat oder so weil es gibt auch Charlie und die Schokoladenfabrik von 1971 nee 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 der war neuer also sicher gut ja ja der ist auch nicht schlecht mit Gene Wilder also weil das hier ist auch schon einer es fängt langsam an wackeliger zu werden ok ähm Korpsprite fand ich schön fand ich auch schön ja das ist ja wie Nightmare Before Christmas eben äh der war eben nicht in der Liste weil weil er da eigentlich nur Produzent war ähm Sweeney Todd gut wenn man Musicals mag ich fand ihn nicht schlecht ja mir wurde halt zu viel gesungen aber ich fand ihn von der Atmosphäre her schön ja und dann geht es glaube ich abwärts ich weiß nicht ich finde diesen 2010er Alice im Wunderland schön also optisch auf jeden Fall genau das genau das optisch sehr schön es ist kein Vergleich zur eigentlichen Geschichte mhm und auch ähm den etwas älteren Nachfolger Alice äh im Spiegelland oder wie der heißt hinter den Spiegeln glaube ich da gibt es ja auch eine ältere Version als diese 2016er ja ja da gibt es diverse äh dreimal besser äh und das andere was hier so steht Dark Shadows kenn ich nicht äh ja braucht man nicht Frankenweenie Big Eyes das muss man alles nicht Dark Shadows ist eigentlich äh sehr interessant ähm denn das ist eine Seifenoper okay und zwar äh eine amerikanische Seifenoper die von 66 bis 71 lief 1225 Episoden äh und irgendwann im Laufe relativ früh haben sie angefangen Vampire Wehrwölfe Hexen oder sowas einzubinden es war also die erste Horror Seifenoper der Welt witzig und ich kenne tatsächlich auch noch ein paar Folgen es gibt eine DVD-Komplettbox die aber bei 1225 Episoden entsprechend teuer ist und das ist äh sprengt mein Budget für sowas mhm es gibt aber auch sehr schöne englische Hörspiele zu Dark Shadows das ähm die machen mir richtig Spaß von Big Finish die auch so Doctor Who Hörspiele machen oder sowas okay teilweise auch mit Originaldarstellern oh nett mhm also die die noch leben ja äh ich hab aber auch wenn ich hier diese diese Produzentliste ne wo er Produzent war Abraham Lincoln Vampirjäger ja was zur Hölle hab ich irgendwie 10 Jahre in so einem Glassarg geschlafen oder was das sagt mir überhaupt nichts äh war so schlecht dass äh was heißt so schlecht so unerfolgreich muss man sagen ja dass äh nicht wirklich in die Medien kam Gott sei Dank äh ich dachte ich hätte einen massiven Filmriss nein ja Drehbuch hat er auch jetzt nicht unbedingt das meiste hatten wir schon er hatte ich sehe gerade er hatte 1979 eine Sprechrolle in The Muppet Movie mhm damit hätten wir unsere heutigen Muppets erledigt yay ja der gute Herr Burton wie sind wir eigentlich auf den gekommen ach durch den großen Kürbis ja der große Kürbis also ich mag ja It's the Great Pumpkin Charlie Brown mhm das war auch noch ach da waren auch die Peanuts noch gut da waren die Peanuts noch jung die gibt's ja auch erst seit 1950 1966 ist das ja wo gibt es bei Duschlauch hab ich gerade gesehen dann äh werde ich mir den Link dazu auch mal hochmarkieren es gibt einen den will ich jetzt haben äh einen Kurzfilm der das parodiert Bring Me The Head of Charlie Brown ok oh ja es gibt ihn bei YouTube sehr gut das ist interessant das äh ah es ist laut in schwarz weiß ich werde ihn jetzt live gucken die drei Minuten die er geht und beschreiben was ich sehe ja also es ist sehr sehr schlechtes Bild ja und der große Kürbis befiehlt äh Linus, Lucy und Schröder Charlie Brown zu töten fängt es an ein Fahndungsplakat gesucht tot oder lebendig und Lucy hält Charlie Brown jetzt den Football hin und er sagt irgendwas und sie guckt böse und ah der Football ist eine Bombe und sie zündet ihn an Charlie Brown rennt los auf den Football zu kickt ihn und er explodiert und jetzt kommt der Titel Bring me the head of Charlie Brown jetzt spielt Schröder ein unsichtbares Piano und Charlie Brown kommt und sagt irgendwas und dann fällt ein Piano auf ihn drauf da fliegt Snoopy auf seine Hundehütte oh und die die weiß nicht diese Einschusslöcher die kommen äh posten Snoopy von der Hundehütte und jetzt springt Snoopy an und beißt Charlie Brown den Arm ab und Blut spritzt raus und da ist Charlie Brown vor dem äh drachenessenden Baum der kippt um und schlägt auf ihn drauf jetzt ist Charlie Brown sitzt an einer Mauer und Leine steht hinter ihm und nimmt die Schmusedecke und wirkt ihn damit oh das dauert länger ja mach ihn fertig mach ihn fertig wer ist denn das ist das Charlie Brown läuft jemand ein bisschen maskiert durch die Gegend ah er hat glaube ich eine Perücke auf und jetzt kommt seine Freunde mit äh Knüppeln hinter ihm her und Charlie Brown lädt ein Maschinengewehr ja das ist Charlie ja lädt durch und beginnt drauf loszuschießen er hat Schröder, Lucy und Leines erledigt er hat ah die Frisur von Dingsbums in den Taxi Driver oh jetzt ist Lucy wieder aufgesprungen und hat ihn verwundet und er hat ihr den Kopf weggeblasen und jetzt erschießt der Mexikaner und Nazis und und ein oh Gott oh jetzt hat er seine Schwester enthauptet und es kotzt irgendjemand und zwei Flugzeuge stört zusammen und Blondie tritt ihrem Mann in den Kopf und Mickey Mouse kriegt den Schädel gespalten und das ist Rocky der vom Popper die Schnauze und Godzilla trinkt eine Cola-Dose und was ist das und es ist lauter Trümmer und Blut und Charlie Brown steht mit zwei Maschinengewehren da großartig jetzt liegt Charlie Brown rauchend im Bett neben dem kleinen rothaarigen Mädchen und macht das Licht aus das war bring me the hat auf Charlie Brown ich mag Liebesgeschichten ich auch ja von Jim Rieden der Name sagt mir auch irgendwas mir nicht aber das heißt nix Jim Rieden amerikanischer Regisseur Animator und Drehbuchautor ach natürlich der hat von 1990 bis 2004 für die Simpsons gearbeitet oh und Mighty Mouse Mighty Mouse ja und der hat das Drehbuch für Wally geschrieben du kennst nicht Mighty Mouse jetzt sag ich du kennst nicht Mighty Mouse und wenn du die schon merkwürdig findest google nicht nach Danger Mouse ok ich benutze Bing Danger Mouse ok stückweise verstörend ja ich mag alte cartoons was ich gerne mal wieder sehen würde ist Ren und Stimpy ist nicht so gut gealtert habe ich hier ok kann man immer noch gucken ist immer noch teilweise lustig ist interessant wie viel die machen was heute für Serien normal ist ja aber manchmal ein bisschen ja ich habe jetzt mit den Rugrats wieder angefangen ich jage übrigens eine Mücke ja nur weil es bei dem mal klatscht heißt das bringt mich noch nicht aus der Fassung das Vieh ist hartnäckig ah ich habe gerade Rugrats verwechselt mit Disneys große Pausen ah auch eigentlich eine schöne Serie ja die fand ich immer ganz gut damals früher ich mochte das Mädchen mit den Stiefeln ich auch wie hieß die Spinelli oder irgendwie so genau genau sowas ja ich möchte auch so eine Säge ich lausche hier noch ein wenig ich lasse mich in den Schlaf mitteln es klingt fast wie mein Golf wenn ich Gas gebe es ist derselbe Motor wahrscheinlich gut nö haben wir noch was zu essen na hoffentlich unser ich habe hier ein Terminfenster bis 19.30 gebucht 19.30 was Uhr europäische Standardzeit oh cool nach dieser Verbunterbrechung hört ihr uns wieder und ihr so ich schaue der Frau beim Ärgern zu und du so ich habe keine Frau zum Ärgern soll ich dir meine leihen weißt du dass du sie verleihen willst muss sie das denn wissen was steht denn im Ehevertrag § 1 sie hat recht Ende tja ich habe dich gewarnt wie damals 27 als du unbedingt diesen kongolesischen Prinzen heiraten wolltest ein wahres Schmuckstück von einer Mumie naja du hast etwas besseres gefunden stimmt lebendig mag ich meine Partner am liebsten gehen das seine ich gehe jetzt mit der Schaufel zum Friedhof ja ist denn schon wieder Erntezeit der Winter ist warm und ich habe früh genug gesät dann guten Appetit ich höre dich gut ausnahmsweise das heißt eben die zehn Minuten hast du mich nicht gehört nein sehr gut und falls du mit mir redest ich höre dich nicht was ja gut ist falls du nicht mit mir redest esse ich noch Nüsse ein das ist kann Wie geht es aber so die Nase zu? Da hilft nur eins. Ja, auch. Warum schmecken Erdnüsse nicht nach Erde? Während Haselnüsse doch nach Haseln schmecken und Wahnnüsse nach Wahn. Das sind so große Fragen. Vermutlich, weil Erdnüsse ja gar keine Nüsse sind. Sondern Bohnen? Ja. Könnte sein. Warum schmecken die da nicht nach Bohnen? Oder nach Hühnchen? Oh, Hühnchen. Meine Eier schmecken nach Hühnchen. Ich weiß. Ich weiß, dass du das weißt. Warum esse ich die eigentlich, wenn ich die schmecke? Das heißt, es geht ja, man kann sie essen, aber irgendwie komisch. Ist das so ein bisschen wie gebrannte Mandeln, nur als Erdnuss? Ich kenne die anders, wo das so richtig so Zucker, so rosa Zuckerkuss drumherum ist, so fest. Okay. Also wie bei M&Ms auch? Ohne Schokolade. Ohne Schokolade, wirklich nur so eine Schicht. Ja, okay. Irgendwie sind die hier. Unter der Schicht ist noch anderer Zucker, der aber nicht so fest ist scheinbar. Ha, ha, flüssiger Zucker. Nein, krümlich. Vielleicht ist das gar keine Erdnuss, sondern ein sehr, sehr altes Pocket Coffee. Hm. Oder ein wirklich, wirklich, wirklich altes Mangerie. Glaub mir, ich hatte mal wirklich die alte Mangerie. Die sind richtig ekelhaft. Ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise ein sehr großer Fan davon, weil es vereint die tollsten Dinge der Welt in einem, nämlich Obst, Alkohol und Schokolade. Du bist ein Fan von alten Mangerie. Und nein, wenn die nämlich ein gewisses Alter haben, dann ist keine Flüssigkeit mehr drin. Oh ja. Dafür ist die Hülle sehr, sehr instabil und ist manchmal auch schon eingestürzt, dass du quasi eine hygienisch sehr, sehr fragwürdige Frucht in einer sehr, sehr ekligen Schokoladenhülle. Das ist wie so ein Kraftwerk. Ja, ein bisschen. Es hat, es hat wirklich auch von der Form her, es hat ein bisschen was von, äh, hier, Dings, Tschernobyl. Fester. Ja. Aber dann spritzt es so. Ach, das willst du doch. Nein, ich steche nicht auf den Kletzlager. Make the donkey scream. Ja. Ich hoffe, das kommt nicht ins Intro. Natürlich kommt das ins Intro. Wir hatten heute gar keine Muppets. Oh Gott, so fängt es an. Ach, ach. Ich habe gerade irgendwie ganz kurz die Idee gehabt, wir lassen das mit dem eigenen Podcast sein und schneiden nur Podcasts anderer Leute zusammen. Komplett neun Folgen. Ich glaube, wir machen mal eine Folge, die wir komplett wirklich nur so machen. Das wird großartig. Das muss ich mal gucken, was man das alles schneiden kann. Was? 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 Und jetzt? Du sagst die romantischsten Sachen. Ich weiß. Das ist meine Kernkompetenz. Das Pudels Kernkompetenz. Kernimpotenz. Ach, ach, ach. Außen knackig, innen weich. Hm. Ach, ach, ach. Ich schalte jetzt mal die Aufnahmen ab, oder hör auf, lustig zu sein. Trägt mich wer in die Dusche? Schleif den Floh zum Wasserloch. Du wirst mich dieses Mal auch nicht den Löwen zum Fraß vor, wie damals im Mosambik. Nein, heute angeln wir Krokodile. Ich hole meinen Köder raus. Also doch, wie damals in Mosambik. Damals war der Köder noch länger. Verdammtes Krokodil. Mir ist müde. Und ich bin kalt. Und ich bin ganz allein. Ach nein, ich bin doch nicht allein. Christian, du klingst heute so komisch. Ja, ich bin nur der Zett. Ich beachte mich gar nicht. Okay. Hey, wer ist dieser Mann hinter dem Vorhang? Ach nein, die verstößt du ja auch, oder die ist diese Anspielung auf der Zauberer von Oss? Stimmt. Ach, Vogelscheuche. Hm. 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 Tja. Haben wir noch Themen? Bestimmt. Der Hendrik hat den ganzen Arsch voll dabei. Weil der Hendrik von uns den Arsch voll gekriegt hat. Und der Themenbeauftragte ist. Hm. Ja. Wir dachten uns, wir nehmen heute mal eine Sendung auf. Es ist spät. Kurz vor zwölf. Schon fast Mittag. Ja. Hi nun. Oder hi ho. Hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Oh, la 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 la. Fa la 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 la. Fa la la la. Dum 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 dum. Zum Glück sind unsere Hörerinnen ja gewohnt, dass Stille ist. Echt? Ja. Hallo Schnupselpupsel. Na Schatz? Wie geht es dir denn? Ähm. Noch gut. Noch gut. Gut. Das ändern wir dann mal. Ich hab dir einen Film mitgebracht. Yay. Ach, mach dir keine Sorgen. Es ist ein Film, der dir sicher gefällt. Es ist ein Porno. Ich wollte gerade sagen, dann muss es ein Porno sein. Ja. Du kennst doch bestimmt den Klassiker Deep Throat aus dem Jahr 1972, oder? Hm. Also nicht nur die Praktik, sondern den Film. Hm. Das ist ein Film, natürlich nicht. Das ist sogar einer der erfolgreichsten, also finanziell erfolgreichsten Pornofilme aller Zeiten. Und der lief damals wirklich im Kino. Und hat einen richtigen Boom ausgelöst. Und hat eine tolle Handlung. Verwechselst du den gerade? Gibt's nicht auch einen Nicht-Pornofilm, der so heißt? Ähm, so hieß der Informant beim Watergate-Skandal. Ja, vielleicht ist der Typ bei Actix natürlich auch dann darauf basiert, ja. Nein, also die Hauptrolle spielt Linda Loveless. Die nochmal ein ganz eigener Fall ist. Und die hat sexuelle Probleme. Die kriegt einfach keinen Orgasmus. Selbst der Gruppensex, der extra für sie organisiert wird, bringt nichts. Und deswegen geht sie dann zu einem Dr. Young, der mit zur Hilfenahme eines Fernrohrs feststellt, dass Linda keine Klitoris hat. Mit einem Fernrohr? Ja. Er fährt sein Fernrohr aus. Okay. Er entdeckt dann aber doch, dass sie doch eine hat. Nämlich hinten in der Kehle. Und deswegen findet sie ihre Erfüllung im Oralsex. Ja, gut. Ja. Das klingt schon nach einem sehr... Ja. ...intelligenten Film. Mhm. Wie gesagt, er lief tatsächlich in amerikanischen Kinos nur in der Hälfte einer Bundesstaaten, weil natürlich die Staatsanwaltschaften da teilweise etwas dagegen hatten. Ja. Sogar der Hauptdarsteller wurde mal vor Gericht für diese künstlerische Arbeit zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Okay. Es wurde aber dann in zweiter Instanz doch aufgehoben, weil das ist denn diese berühmte Pornoentscheidung, äh, das ist Kunst. Mhm. Das muss nicht weg. Äh, der Film hat 25.000 Dollar gekostet in der Produktion und hat Einnahmen von 600 Millionen Dollar gemacht und ist damit der profitabelste Film aller Zeiten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, na gut, dazu muss man aber auch sagen, dass, ähm, große Teile dieser Gelder an die Cosa Nostra geflossen sind, die da mitfinanziert hat. Ähm. Ja gut. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich ein ziemlich einflussreicher Film gewesen. Ähm, es hat so eine richtige Porno-Schick-Mode ausgelöst in den 70ern. Mhm. Und, ja, wie gesagt, der Name ist natürlich bekannt geworden durch Mark Feld, der da die Watergate-Affäre, äh, ausgelöst hat. Ähm, aber, ähm, er ist auch noch für andere Dinge bekannt. Na gut, er lief übrigens auch im niederländischen Fernsehen. Ja, gut. Ja, die sind da ein bisschen anders. Ja. Die heutigen, äh, Schmatzgeräusche werden übrigens präsentiert von Käsebrot und, äh, Baked Beans. Käsebrot. Ich dachte, wir wären noch bei Pornos. Daher kämen die Geräusche. Äh, nein, nein. Nein. Ja. Also, die Hauptdarstellerin hat eigentlich auch noch eine traurige Geschichte. Okay. Ähm. Sie scheint, äh, also wieder, wie es da oft ist, ziemlich streng aufgewachsen zu sein. Und, äh, hat dann irgendwann diesen Typen kennengelernt, der sie dann, äh, in die Hardcore-Filme gebracht hat. Mhm. Ähm. Ähm, ähm, es muss da wohl auch einen Film geben, wo sie Sex mit einem Hund hat. Ähm. Ähm, sie hat dann erst nach dem Erfolg des Films natürlich verteidigt, hat dann aber später behauptet, dass ihr Ehemann, äh, sie mit Waffengewalt dazu gezwungen hat, überhaupt Pornofilm mitzumachen. Ähm, ähm, hat aber auch in ihrer Autobiografie, ähm, ähm, einige Widersprüche geschrieben. Also, wie sehr man das glauben kann alles, ähm, das ist sehr kritisch. Mhm. Ähm, sie hat auch von dem US-Kongress ausgesagt. Und in einem, äh, ging es auch um Pornografie. Ja, es wurde auch, ähm, ihre Biografie wurde 2013 mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle verfilmt. Als Loveless. Ähm, ähm, ich fand ihn jetzt nicht so unbedingt besonders aufregend. Ähm, sie ist 2002 bei einem Unfall, äh, beim Autounfall ums Leben gekommen. Zu ihren Filmen gehören neben Deep Throat von 72 auch Deep Throat Part 2. Sexual Ecstasy of the Macumba. Und ein Film, der im Original heißt Linda Loveless for President. Ähm, der deutsche Titel gefällt mir besser. Linda Loveless bläst zum Wahlkampf. Ja, ich sehe gerade unser Chat. Ja. Hat Insider-Informationen. Es dauert fast sieben Minuten, bis man das erste Genital sieht in diesem Film. Er guckt ihn sich wahrscheinlich gerade an. Ja, gut, ja. Ähm, wenn er den durch hat, kann ich unserem Chat empfehlen. Es gibt einen Film mit dem Titel The Devil in Miss Jones. Der auch sehr witzig heißt. Ich bin auch übrigens, ich fette mir da gerade ein, wo du lustige Titel hast. Letztens über, ähm, ein Planet der Affen Parodie gestoßen. Ich wollte das Wort gestoßen eigentlich vermeiden in dem Kontext, aber es ging nicht. Und noch einen. Also klar, äh, Star Trek, aber das kennt man ja. Harry Popper und die Kammer eines Schleckens. Na gut, Edward mit den Penishänden hatten wir, glaube ich, schon mal. Also The Devil in Miss Jones ist auch verfügbar. Sehr schön. Playmate of the Apes, genau. Ah. Alfred Fiskop, die Vögeln. Oder Dormöschen. Uh, es gibt auch Planet of the Babes, okay. Die Schwanzwaldklinik gibt es auch. Äh, ja, ähm, eine Seventies-Show-Nachmache gibt es auch. That's Seventies-Girl. Ficky und die Starken-Schwängel. Wir könnten mal wieder Spieleabend spielen. Wunderbare Welt des Schwellsaft. Oh Gott. Screwbox, The Grinch-Triple-X-Parodie. Jane Blond, der Arsch ist nicht genug. A wet dream on Elm Street. Tritt nicht raus. Stadt der Engen. Ah, naja, naja, naja. Ja. Aus heiterem Pimmel. Shiny und der Einöli. Ja, gut, Robocock, okay, ja. Octopussy, da fällt mir ein, wir wollten nochmal hier einen Bond-Marathon machen. Dass wir da noch nicht draufgekommen sind. Schwanz der Vampire. Scheiß die Wand an, das ist wirklich gut. Ja. S wide shut. Irgendwann, wo ist mein Ständer? Man hört das so. Und sofort fängt im Kopf an, sich eine Handlung zu bilden. Und es tut einfach brutal weh. Was bildet sich denn für eine Handlung bei Räuber-Fotzen-Klotz? Toll, unser Chat ist tot. Yay, wir haben unseren Chat umgebracht. Schwänzel und Gretel. Oh Gott, nein. Und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Oh je. Sind wir eigentlich heute Jugendfrei? Ja. Hier sind keine Jugendlichen. Hier steht es Shaving Private Ryan. Den kenne ich aber als Shaving Ryan's Privates. Das ist so gruselig. Oh Gott, reinstecke, Fuchs. Oh je. Mobi Fick im Arsch des Potwalts. Oi, 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 oi. Oh, diese klassische 80er-Jahre-Serie. Meck Geiler. Weißt du, ich dachte ja schon. Nein, ich muss anders anfangen. Mir war gar nicht bewusst, wie sehr unsere Gäste das Niveau hochgehalten haben. Ja. Bis wir jetzt gerade wieder alleine sind. Mit denen hätten wir zum Beispiel nicht der Pimmel über Berlin. Oh Gott. Der Name der Hose. Und Beverly Hillscock, den kennt man schon. Ai, 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 ai. Warum ist das denn ein Filmspritzgebäck vom Figurlaus? Nein, das geht ja gar nicht um Filme. Ein Dornmöschen, das stelle ich mir schmerzhaft vor. Können wir jetzt nach Hause, Mami? Ja. Was hast du denn so seit unserer letzten Ausgabe gemacht? Diese Protospecht-Dienst. Oh. Meine Frau getroffen. Hat die gesagt, machst du immer noch den Scheiß. So ungefähr. Und du so? Ich bin müde. Ich bin müde. Ach ja, da fällt mir noch was ein aus Deep Throat. Da spielen die beiden Darsteller mit Jack Birch und Carol Connors. Die haben sich kennengelernt und haben geheiratet. Und sind die Eltern der Schauspielerin Tora Birch. die du nicht kennst, aber jetzt googelst und dann erkennst du sie. Okay, nicht auf dem Wikipedia-Bild, aber sonst erkennt man die. Tora Birch. Ja, T-H-O-R-A. Ah. Die hat unter anderem mitgemacht in American Beauty und in vielen anderen Sachen, aber habe ich einen Film davon gesehen? Ich glaube nicht. Also, wenn ich mir die Bilder angucke, würde ich sie nicht erkennen. Aber ich kenne sie eigentlich. Naja. Hm. Ach. Witzig. Ja, so ist das. Naja. Oh. Und, äh, unter dem Wikipedia-Eintrag von Deep's Road ist ein CAE verlinkt. Okay. Cool. Welcher? Äh, der Nummer 198 Pornografie. Richtig. Der ist irgendwie an mir vorbei, sozusagen. Ich kann mich auch nicht erinnern. So, das vergisst man doch eigentlich. Na doch, eigentlich schon. Naja. Ich vergesse eigentlich alles. Du hast recht, wir brauchen echt mehr Gäste. Ich habe gerade mal reingehört. Ich weiß nicht, warum, warum, warum mir die Folge nichts sagt. Es gibt schon mal Folgen, die ich einfach ausmache, weil irgendwie die... Jaja, das habe ich auch, aber... Jemand lispelt oder die Audi-Qualität so schlecht ist. Ja, so bei uns. Ja. Aber, ähm, naja gut, wir müssen uns ja nicht anhören. Ich höre jede unserer Folgen mindestens einmal an. Wenn wir sie aufnehmen. Und dann nochmal, also, einmal vor dem Hochladen und einmal beim Runterladen wieder. Du bist merkwürdig. Ich höre mir den Scheiß nicht mal beim Schneiden an. Ich habe da so eine, eine masochistische Ader. Ja, ich kenne sie so groß an deiner Stirn und pocht, wenn du dich aufregst. Also quasi immer, wie ein quasi das Feuerwehrauto unter den Podcastern. Ach ja. Tatü, tata, mit einer langen, ausfahrbaren Leiter. Gut, andere sprachen immer von einem aufgerollten Schlauch, aber... Hauptsache, du spritzt gut. Genau. ja, so ist das mit dem Dingsen hier. Was hast du so erlebt seit unserer letzten Folge? Ich war mal auf dem Klo. Ich war mal auf dem Klo. Habe überlegt, ob ich mir was zu essen hole. Habe dann gedacht, ach nee. Weil ich nichts da habe, was jetzt so schnell gegangen wäre. Und, äh... Ja, das war's. Ich weiß nicht mehr, wo, aber irgendwo habe ich vor ein paar Tagen den Ausdruck, das braune Auto zum Hupen bringen gehört, für Kacken gehen. Das ist sehr merkwürdig. Ja, aber ich konnte nicht aufhören zu lachen. Das braune Auto, das klingt irgendwie so nach AfD. Ich hätte jetzt fast auf Stephen King getippt. Nein. Der blaue Kompressor, das braune Auto, das passt schon irgendwie. Ja, jetzt weißt du, wie es mir immer geht, wenn ich hier jammer. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Es erscheint demnächst wieder eine weitere, noch nicht veröffentlichte, uralt King-Kurz-Geschichte. Okay. Vielleicht zwinge ich dich, die mit uns zu besprechen dann. Aber nur, wenn sie richtig bezahlen ist. Okay. Ich habe mir übrigens jetzt die Zeichen-Trick-Serie Cat-Dog bestellt. Ja. Damit wieder einer dieser Klassiker dann mal. Hast du schon die erste Folge von Ren und Stimpy geschaut? Das ist schon ein bisschen her. Das wir jetzt hier so etwas angekündigt haben, quasi Folge für Folge, besprechen können. Nein, dann nicht. Dazu müsste ich es nochmal genauer gucken. Ich habe geblurft. Verdammt, ich habe mir darauf reingefallen. Nein, ich habe tatsächlich ein paar Cartoons geguckt. Rokos modernes Leben. Ja. Die Turtles, also nicht die ganz neue Serie, sondern die davor, die Computer animierte, die ziemlich gut ist. Und ich habe, was ich hier schon mal erwähnt habe, es war einmal der Mensch. Ist das so ein Mensch? Ja, der Mensch, zu Ende geguckt. Das mit den Erfindern. Das mit der, ja, überhaupt Geschichte. Ja. Es gibt noch eine Extra-Erfinder-Serie. Ach, stimmt. Und, ähm, tja, also am Anfang dauert es ziemlich lang, so Steinzeitmenschen, bla, 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 bla. Und später nimmt das Tempo, wie der Zerzähl wird, dann rasant zu. Und was ich, äh, also woran man erkennt, dass es eine europäische Zeichentrickserie ist, sind Oben ohne Szenen. Okay. Das ist mittendrin dann plötzlich mal ziemlich, äh, überraschend. Und sie haben das gemacht, wie auch bei, es war einmal das Leben, die letzte Folge ist Science Fiction. Ah. Und das ist echt bizarr, wenn du siehst, wie sie sich damals das dann vorgestellt haben, wie die Geschichte der Menschheit weitergeht. Witzig. Ja. Habe ich denn sonst noch was geguckt in den letzten Tagen? Ich habe jetzt die 14. Staffel von NCIS geguckt. Ja. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mich gelangweilt habe. Es ist, ähm, einige neue Darsteller. Unter anderem auch, ich habe es nur am Namen erkannt, ich hätte ihn nicht mehr wiedererkannt. Fess aus, äh, die wilden 70er. Doch. Die spielt da jetzt eine der Hauptrollen. Aber die neuen Figuren sind alle stinklangweilig und unsympathisch. Und, äh, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Schade. Ja. Ja. Ah, es gibt noch was Neues. Ich habe ein entzündetes Ohrläppchen. Oh, das ist aber schön. Ja, vor allem bei Kopfhörern zum Podcast. Das ist ein Traum. Man bleibt wenigstens wach. Ja. Deswegen habe ich immer nur einen Kopfhörer drin. Ich habe nämlich keine so, äh, Bügel-Kopfhörer, sondern... Ja, die sind auch nicht zum Bügel, die sind zum Ausräumen vom Geschirrspüler. Oh. Dann habe ich das immer falsch gemacht. Macht nix. Man lernt ja nie aus. Wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Hm. Wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, natürlich. Wir machen das ja nicht aus Spaß. Ja, das weiß ich. Ich dachte, wir bringen hier unser, unser Fachwissen und unsere ganze geballte Kompetenz unter die Menschheit. Hm. Dann hätten wir nach Folge 3 aufhören müssen. Ich habe, ach, apropos Comics, warte mal, da muss ich mal zu meinem Stapel greifen. Ich habe mittlerweile zwei Bände hier, ähm, Fraggles Rock Classics. Uh. Mit, äh, Fraggles Comics aus den 80ern. Witzig. Ich bin gespannt. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich kann jetzt nur neuere. Aber so vom Durchblättern her sieht die gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Also ich werde davon berichten. Damit wir auch unseren Muppet-Anteil natürlich. Ja. Ja, dann, dann, äh, könnte man ja. Könnte man? Man könnte. Dum, dum, dum. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Schlaflose Nächte werde ich noch haben bekommen werden. Ja, auf der Couch, wenn deine Frau uns erwischt. Wie damals, äh, 1892, als die Couch erfunden wurde. Damals hat uns auch meine Frau erwischt, während ich Kleingeld aus der Ritze gingelt habe. Das hat vielleicht gekitzelt. Ich sage noch, führe den Zaubertrick mit dem verschwindenden Geld nett vor. Nimm Flummis, die kommen besser wieder raus. Wir bringen Würze in dein Leben und manchmal auch ansteckende Krankheiten. Oh, worauf soll ich mich untersuchen lassen? Allgemeiner Wahnsinn und Diabetes, weil der Hendrik so süß ist. Muss ich nächstes Mal dran lutschen. Wie 1792, als ich in Wien in der Zuckerwattemanufaktur eingeschlafen bin. Das war schon etwas anderes. Da haben wir dich im Regen vergessen und du bist, warst ganz klebrig und feucht. Seitdem heiße ich in speziellen Kreisen auch Honighendrik. In ganz speziellen Kreisen, über die wir wegen gerichtlicher Auflagen nicht reden dürfen. Orthopädische Auflagen, nicht gerichtliche. Du weißt, ich verwechsel das öfters. Wie damals, als ich die Slip-Einlagen zum Bank gebracht habe.